Okay, this is bad. Okay, wann haben wir das gefunden? Ja, this is bad. Der Name passt gerade, ey. 10 IQ-Play von mir, ja? Ja? Fühl ich. Wie wurde ich denn da gerade beschleunigt? Oh. Ich habe jetzt nicht gerechnet, dass da wirklich was passiert. Was macht denn der Stampfer? Okay. Ich wollte das nur mal testen. Das heißt, habe ich die jetzt mit dem Stampfer aufgescheucht? Naja, ist auch egal. Darüber komme ich eigentlich nur mit Hilfe. Nee, die macht nicht die Matratze, sondern das Bett hier. Das stellen wir uns mal so. Sag mir nicht, ob das berührt. Okay. Ach, das sind gar keine Felsen, sondern das sind wahrscheinlich die Nester. Ne? Da frage ich mich. Nee, passiert nichts. Okay. Das war's für heute. Wie bei Serious Sam. Ich hatte keinen Smith-Movement. Och, nicht schon wieder. Okay. Oh. Oh, Kaisermann, danke dir. Auch da nochmal hype in den Chat. Zum Thumper rüberlaufen. Ich hab die Thumper nie richtig verstanden, um ehrlich zu sein. Oh yes, da komm ich hoch. Nice. Nice, 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 nice. Kaiser, danke dir und auch ein Moin an dich. Oh boy. Wo bin ich denn da gelandet? Dumm, 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 dumm. Dumm. Lass mich hoch. Hau und jetzt wieder ab. Der eine zumindest. Das hat sich gerade nicht gelohnt. Nach dem Ding zu geiern. Komme ich da irgendwie hoch. Ah, ich glaube, das war nur im Speedrun, dass man da lang konnte. So. Sehr schön. Ich wollte gerade sagen, lass mal ein bisschen Leben drin sein. Die Viecher gehen nicht in die Nähe der Thumper. Okay, gut. Dann weiß ich das auch endlich. Nach meinem 100. Playthrough. Ähm. Oh, was ist denn das für einer? Greift er mich an? Das darf nicht Spaß sein, ey. Das darf nicht Spaß sein, ey. Hallo. Ja, ist in Ordnung. Ah, der zeigt mir jetzt, glaube ich, wie ich die benutzen kann, ne? Der nimmt da jetzt irgendwas. Pass mal auf, Leute. Richtig vieles. Okay. Und jetzt? Hab ich doch. Wo hab ich die? Ah, auf der 6. Okay. Ich glaube, der bringt mir das jetzt auch bei, wie man die verwendet, ne? Okay. Boah, stellt euch vor, ihr lebt in so einer Schlucht. Galalong. Galalong. So, ich folg dem mal. Bin da raus, muss meine Holte zum Zahnwärts fahren. HFF und schön. Haus rein, Yogi. Schön, dass du vorbeigeschaut hast. Okay. Okidoki. Was haben sie mit dem gemacht? Der sieht nicht mehr ganz so wach aus. So, ich glaube, der ist super Richie. Der ist super Richie. Der hat sogar Licht angemacht. Der hat so l likely. Und auch das so lachen. Und der hat so ein Sch subtil. Der hat so gut. Der hat so gut. Der hat so gut. Wieder rumzappelt. Bin ich jetzt fertig? Ja, okay. Aber die folgen mir nur, wenn ich die Kapseln werfe, ne? Habe ich die unendlich, die Kapseln? Stressbar in der Entwicklungsphase, ja. Okay. Ja und endlich, okay. Okay. Das ist witzig, wie die unsere Sprache dann beherrschen. So, ist es hell genug für euch? Ich glaube schon. Hallo André. So, jetzt haben wir schon wieder eine Stunde gespielt, ey. Die Zeit vergeht wie im Flug, ey, mit so einem guten Singleplayer-Game. Kommt der auch? Okay, jetzt kommen die alle. Machen wir mal so eine richtige Armee hier. Die Thampa muss ich wahrscheinlich deaktivieren, damit die mir weiter folgen, oder? Ja, da haben sie Angst. Der Armee-Lyven-Beschwörer, ja. Der Armee-Lyven-Beschwörer, nee. Da, der Armee-Lyven-Beschwörer, nee. Die Tür-Lyven-Beschwörer, nee. Okay. Nein! Ich hab keine mehr, ne? Ah, die haben aus dem Bereich heraus gekämpft. Okay. Dann machen wir den mal aus. Aber wir gehen erst nochmal hoch. Kommen da immer neue? Ja, ne? Man hat immer vier Stück. Ich hab schon Half-Life-LX gezockt. Eins, Wish. Wish. Wie kommen wir denn da hin? Ja, wir gehen da hin. Ja. What? ido. Ja. 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 Okay. Gut. Das war auch irgendwie viel hier. Oh, da geht's rein. Oh. Hoffentlich. Ich habe aus Versehen mein Vieh geschlagen. Ich habe aus Versehen. Ich habe aus Versehen. Ich habe aus Versehen. Mit Viechern ist krass. Also das... Ich habe aus Versehen. Ich habe aus Versehen. Ich habe aus Versehen. Dann rennen wir da mal rein. Ah lol. Okay, der hat den geholt. Ach, Ungezieferbekämpfung. Ja, dann kommt man mit. Ich habe aus Versehen. Ich habe aus Versehen. Ich habe aus Versehen. Okay. Es ist halt irgendwie witzig gemacht mit den Ameisen